Nein, da bin ich wieder. Alles, was wir in unserer Betreuung, in unserem Programm machen, hat etwas mit Schlaf zu tun. Wohlgemerkt, für viele klingt Schlaf so ein bisschen langweilig. Einige sagen, Schlaf ist Zeitverschwendung, aber nein. Leider ist Schlaf die Regenerationsquelle Nummer 1 und der Faktor, wenn es um deinen Trainings- und Handballerfolg geht. Das ist leider so. Auch wenn du das bisher noch nie gehört hast, bleibt es wissenschaftlich belegt. Warum du das bisher noch nie gehört hast? Und naja, weil selbst bei Trainerfortbildungen selten das Thema in den Vordergrund gerückt wird, obwohl es unfassbar wichtig ist. Und das Interessante ist, man weiß das seit Jahrzehnten. Im Fußball ist man da schon deutlich weiter. Und so ganz langsam kommt das Thema auch in den Handballsport rein, weil auch da immer mehr Professionalisierung stattfindet. Und deswegen ist das Thema Schlaf für dich persönlich auch unheimlich wichtig. Aber du wirst merken, es ist nicht langweilig. Schlaf ist eigentlich super spannend und vor allem, was alles nachts passiert, das lernst du kennen. Wie wir mit Schlaf umgehen, das ist ganz entscheidend. Und wenn wir das Programm starten, dann ist das auch erstmal der erste Themenblock. Warum? Weil wir direkt den Schlaf durch kleine Kniffe individuell für dich verbessern. Und dadurch bist du einfach leistungsfähiger in der Halle. Total einfach. Und genau deswegen ist das Thema Schlaf für uns so wichtig. Wir verbinden es natürlich immer unter dem Motto Regeneration gleich Erholung. Das gehört zusammen. Aber das lernst du eben bei uns kennen. Und die Umsetzung, die wir ganz am Anfang schon im Bereich Schlaf mit dir machen, die bringen dich echt schon meilenweit nach vorne. War es dich überraschend. War es dich überraschend.